Ja, servus meine Freunde und willkommen zu Doomfist, dem mächtigen Muskelprotz, der mit seiner fetten Faust alle Gegner in die Ecke fistet. Endlich ist er in Overwatch angekommen und er bringt ein verdammt interessantes Kid mit, was wir uns jetzt mal anschauen. Der Linksklick ist die Handkanone, was eine Schusswaffe mit kurzer Reichweite und Streuung ist, dabei allerdings so ähnlich wie die Tracer Blinks automatisch nachlädt. Das heißt, du kannst entweder enorm hohen Burst-Damage am Gegner anrichten, weil du relativ schnell hintereinander deine Shots abgeben kannst, also du hast eine relativ hohe Feuerrate oder so ähnlich wie D.Va einen sehr konstanten Schaden over time hast, weil du nicht nachladen musst. Von der rechten Mausklasse stürmt Doomfist nach vorne und puncht dem ersten Gegner schön in die Fresse und haut ihn entweder A weg oder B in die nächste Wand, was nochmal extra Damage macht. Kommen wir dann jetzt zu seiner Shift-Fähigkeit, damit haut nämlich der Doomfist nochmal ordentlich zu, er verpasst nämlich seinem Gegner damit einen King-Haken, haut ihn und sich selbst etwas in die Luft und verursacht dabei Schaden am Gegner. Die E-Fähigkeit heißt seismischer Schlag und dabei macht er quasi einen Satz nach vorne und haut mit seiner Faust auf den Boden, worauf die Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor ihm nach oben geschleudert werden und etwas Schaden bekommen. Das Interessante ist jetzt vor allem, dass man diese Fähigkeiten auch kombinieren kann. Das heißt, man kann erst dem Gegner einen King-Haken verpassen und dann mit der E-Fähigkeit nach vorne stürzen. Das heißt, man sieht auch auf dem Boden so eine kleine kegelförmige Form, die einem ungefähr anzeigt, wo man landen wird. Gut, kommen wir dann jetzt zu seiner Ultimate. Und wenn Doomfist seine Ultimate Meteor-Schlag aktiviert, springt er in die Luft, er wartet ein paar Sekunden, sucht sich ein Ziel. Ihr könnt sich hier gerade natürlich im Hintergrund sehr schön sehen, wie er sich mit der Zielscheibe quasi die Gegner aussuchen kann und stürzt dann wieder nach unten und haut die Gegner quasi einfach nur in den Boden. Macht dabei massiven Schaden an und dazu auch noch Flächendamage. An sich schon mal eine echt coole Mechanic, aber wirklich interessant wird es, wenn man in seinem Team noch eine Zaria und eine Sombra hat und man diese Ultimate noch mit dem Graviton und einer EMP kombiniert, weil dann kannst du wirklich das komplette Team eliminieren. Und als ob das Ganze auch noch nicht reicht, hat der gute Junge auch noch eine Passive, der ihm einem Schild verleiht, in der Höhe, wie viel Schaden er mit seinen Fähigkeiten macht. Wirklich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ankommt. Im Moment ist noch alles auf dem PTA. Das heißt, man weiß noch nicht, ob es wirklich tatsächlich so erscheinen wird, aber das Grundkonzept ist auf jeden Fall schon mal da. Gut, ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick in den neuen Hellen Doomfist geben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und viel Spaß beim Zotten.